DOMRADIO.DE, christliche Nachrichten, herzlich willkommen. Das Erzbistum Köln will weiterhin die angekündigte Studie über den Umgang der Bistumspitze mit Missbrauchsfällen veröffentlichen. Es werden Namen genannt, versicherte ein Sprecher der Katholischen Nachrichtenagentur. Ob Vertuschung vorgelegen habe, solle durch das Gutachten geklärt werden. Dabei werde auch die Forderung des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße erfüllt, zugleich seine Sicht der Dinge zu präsentieren. Dies entspreche den äußerungsrechtlichen Vorgaben und ist so in Auftrag gegeben worden, so der Sprecher. Heße hat im Interview der Zeitbeilage Christ und Welt Vorwürfe aus der bisher unveröffentlichen Studie zurückgewiesen, nach denen er als Personalschef im Erzbistum Köln Fälle von sexuellem Missbrauch vertuscht haben soll. Zudem kritisierte der Erzbischof, die mit der Untersuchung beauftragte Münchner Kanzlei hätte gründlicher arbeiten können. Heße, der ab 2006 Personalchef und später Generalvikar im Erzbistum Köln war, besteht darauf, dass die Studie nur zusammen mit seiner Sicht veröffentlicht werden darf. Die Bischöfe haben sich bei ihrer Herbstvollversammlung nach jahrelangen Debatten auf ein einheitliches Verfahren zur Anerkennung des Leides von Missbrauchsopfern in der Kirche verständigt. Es soll am 1. Januar starten, wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, mitteilte. Die Leistungshöhe soll sich zukünftig an Urteilen staatlicher Gerichte zu Schmerzensgeldern orientieren. Daraus ergibt sich laut Betzing ein Leistungsrahmen von bis zu 50.000 Euro. Zusätzlich können Betroffene, wie auch jetzt schon, Kosten für Therapie oder Paarberatung erstattet bekommen. Wichtig ist uns in diesem Kontext, dass wirklich alle Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche Zugang haben zu einer einheitlichen, einer unabhängig gesteuerten und einer transparenten Lösung in diesem Bereich. Zum Abschluss ihrer Vollversammlung beklagten die Bischöfe einen humanitären Unterbietungswettbewerb beim Umgang mit Flüchtlingen in Europa. Betzing forderte von der EU ein abgestimmtes Verfahren zur Aufnahme von Flüchtlingen. In der Debatte um den innerkirchlichen Reformprozess, dem Synodalen Weg, wollen die Bischöfe nach Angaben des Konferenzvorsitzenden theologische Divergenzen untereinander künftig offener und gründlicher diskutieren. Der Kölner Erzbischof Kardinal Wilkie zeigt sich dankbar über die gemeinschaftliche Lösung der Anerkennungszahlungen für Opfer von Missbrauch. Er werde zügig das Gespräch mit Vertretern des Betroffenenbeirats suchen, um sie entsprechend zu informieren, schrieb Wilkie in einer Mitteilung. Er wolle sich jetzt mit dem Betroffenenbeirat beraten, um von den Erfahrungen der Mitglieder weiter zu lernen, zum Beispiel im Bereich der Prävention bei der Ausbildung pastoraler Dienste, damit man in der von ihm angestrebten Kultur der Achtsamkeit weiter gute Fortschritte mache. Bis zu 50.000 Euro sollen Missbausopfer in Anerkennung des ihnen zugefügten Leids bekommen. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann hat gemeinsam mit Vertretern von Missbrauchsopfern eine symbolische lange Bank abgesägt. Betroffenen Organisationen wie der Eckige Tisch hatten ihn am Rande der Bischofsvollversammlung in Fulda dazu eingeladen. Ackermann ist der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz. Bereits 2013 hatte er angekündigt, bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche nichts auf die lange Bank zu schieben. Opfervertreter fordern seit Jahren die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, Hilfe für die Betroffenen sowie eine angemessene Entschädigung für die ihnen zugefügten Schäden. Im Gespräch mit ihnen bekräftigte Ackermann erneut sein Versprechen und kündigte ein verbindliches und für alle zufriedenstellendes Angebot der Deutschen Bischöfe an. Zum Migrations- und Flüchtlingstag am Sonntag hat Caritas International an die Notlage von Binnenvertriebenen erinnert. Die Zahl der Menschen, die vor Naturkatastrophen, politischen Konflikten oder Gewalt in ihrem Heimatland auf der Flucht sind, habe sich in den vergangenen 30 Jahren weltweit von 21 Millionen auf etwa 46 Millionen Menschen mehr als verdoppelt, erklärte Caritas International. Vielfach sei die Situation besonders prekär, etwa wenn sie nicht den Schutzstatus der Genfer Konvention haben. Der Staat, der sie schützen sollte, ist oftmals selbst für die Vertreibung verantwortlich, so Caritas-Präsident Peter Neher. Als Ursache für die steigende Zahl von Binnenflüchtlingen sieht Caritas International auch die Zunahme von Naturkatastrophen. Besonders viele Binnenflüchtlinge gäbe es derzeit in Kolumbien, Syrien, Irak und in der afrikanischen Region um den Schadsee.